Also liebe Zuschauer, ich weiß echt nicht, was letzten Sommer mit euch los war, aber irgendwie hatten ganz viele Leute richtig Bock darauf, mich failen zu sehen. Ich habe hier schon wieder einen Wunsch. Ich zeige ihn euch erstmal. Ballista auf eine Visierung, B23R, zweimal die Kampfachst, Blendgranate, der Rest war egal. Loadstar, VTOL, Schwarm und die Bots auf Söldner. So, und jetzt die Kombination Bots auf Söldner, eine Sniper und mit Abstand die höchsten Scheiß-Punkte-Serien. Ihr habt sie nicht alle. Aber im Wunsch steht auch drin, ich will dich failen sehen. Mach dir da mal keine Sorgen, das wirst du. Also, Abschluss bestätigt, auf Stand-Off. Ich fange einfach mal an und öle nochmal die Stimmbänder. Vielleicht muss ich ja rumschreien. Und dann soll es ja wundervoll klingen. Ich warne euch jetzt schon mal vor, guckt die Folge am besten nicht über Kopfhörer. Nicht, dass ich am Ende doch hier irgendwie ein paar Trommelfälle platzen lasse. Wobei ich mich meistens noch zurückhalte, weil ich genau weiß, dass es in der Aufnahme dann furchtbar klingt. Also jetzt nicht im Sinne von, du hast die Stimme so komisch verstellt, aber einfach, weil es dann auch macht. Und das will keiner hören. Ja, da kriege ich sofort einen eingeschenkt. Ist er noch da? Er ist noch da, ich hab's gewusst. Ach, ey. Das kannst du mir nicht erzählen. Wieso hast du ihn nicht früher weggeballert, du Spasti? So, auch mal was getroffen. Werd ich jetzt gleich wieder weggeballert oder hab ich noch eine Sekunde? Okay, das war doch ein bisschen zu optimistisch. Das Ding ist, mit der Pistole habe ich selbst bei meinem Skill ja noch eine einigermaßen realistische Chance. Aber ich will halt jetzt, wenn der Wunsch ursprünglich war, die Sniper und die Pistole, will ich natürlich nicht alles mit der scheiß B23R machen. Komm, nochmal. Hardcore. Nein, ey. Die kommen aus allen Löchern gekackt. Weißt du, du findest die ganze Zeit keine Sau und dann ficken sie dich von allen Seiten. Ich führe das jetzt mal nicht weiter aus. Das kommt gerade selbst mir eklig vor. Na komm, hol dir meine Marke, hol dir meine Marke. Das war gar nicht meine Marke. Hö, hö, fail. Also wenn ich eine Sache lassen sollte, dann die Kacke mit der Kampf-Axt. Wir sind zu zweit. Lässt mich mal durch. Dankeschön. Ach ja. Und ich verricke jetzt. Achtung. Fick dich. Haben Bots eine Adresse, wo man hinfahren und ihnen in den Briefkasten scheißen kann? Ohne Mist. Boah, geht mir das auf den Sack gerade, ey. Ja, hinter mir schießt schon wieder. Fickt euch. Alle. Hm, ich komme da zufällig gerade um die Ecke, um mich abzustauben. Und habe mich selbst gekillt, oder was? Glamour. Komm, nochmal. Ja, komm. Hüpf. Oh, immer wirst du hier gestört. Rrrr. Hier waren doch gerade zwei rote Punkte. Verarscht mich doch nicht. Und wo sollen die Vorräte bitte sein? Premium mal wieder. Und wieso verlieren wir eigentlich gerade? Was ist hier los? Meine Marke? Du bist ein Rotzbängel, ey. Verrecke. War ja klar. Wunderbar. Dafür hätte ich dich eigentlich am Leben lassen müssen, aber... Dann wäre ich bald draufgegangen. Ah. Mein Schatzi. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Ich meine... Ich meine... Die da. Die scheint echt ein natürliche Feind von jedem Bot zu sein. Das ist ja furchtbar. Nicht auf mich. Ich wollte gerade sagen, da habe ich gepennt, aber da war er Gott sei Dank blöd genug, nochmal zurückzukommen. Durch Abschuss bestätigt. Jedes Mal muss irgendwo dann zufällig einer stehen, der dich noch schön abkassiert. Ich meine, jetzt war ich echt nicht so weit entfernt, zumindest die erste Abschuss-Serie zu kriegen, aber... Ihr wisst ja, wie das ist. Man könnte ja auch mal Glück haben. Bloß nicht. Alter. Wieso kriege ich von sowas eigentlich nie ein Replay? Wenn du so einen normalen Kill abkriegst, irgendwie einer kommt um die Ecke mit der Schrotflinte und ballert dich um oder so, dann ist das alles kein Problem. Du kannst es dir 100 Stunden lang immer schön endlos schleifen. Ja, hier sehen die, wie die abgeschossen wurden. Aber wenn du dann einmal so einen Kill hast, wo du denkst, alter... Kann ich den bitte nochmal sehen? Der war jetzt aber ein bisschen dubios hier. Nö. So, was haben wir hier? Wächter. Alright, und jetzt verricke ich noch. Nein, tu ich nicht. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Alter, komm, da war ich sowas von drauf. Gut. Nein, der ist hinter mir. Hä? What the fuck? Alter, die 100%ige Verwirrung des Todes, ey. Was war denn das bitte? Der kommt da reingelaufen, auf einmal ist er weg. Ach, der Wächter ist schon wieder weg. Na, ist ja wunderbar. Gut zu wissen. Jetzt kommt er um die Ecke, weißt du? Meine. Oh, das war dumm. Feind ausgeschaltet. Ach, komm schon. Ich labe nach. Mal kurz jucken. So. Alter, da wird schon wieder auf mich geballert. Oh nein, der Hunter-Killer kriegt mich jetzt wieder. Ich will doch einmal überleben. Das gibt es doch nicht. Da war ich jetzt so auf diesen Spast konzentriert. Ja. Abschuss bestätigt. Da kommt schon wieder einer. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Genauso wie ich es mag. Ich mach's doch den letzten. Das ist doch nicht wahr, ey. Abgeschossen. Abschuss bestätigt. Das war perfekt durchgeführt. Also, jetzt mal ohne Mist, ne. Ich hab noch einen Gutschein hier rumfliegen, den ich zu Weihnachten bekommen hab, für eine einstündige Time-Massage. Ich überleg grad echt, den jetzt einlösen zu gehen. Ich könnte es grad echt gebrauchen. Alter, Vater. Ja. Also. Ich hoffe, ich hab dich glücklich gemacht. Du wolltest mich failen sehen. Das hast du getan. Und. Ich brauch jetzt erstmal. Ich hab noch Schokolade da. Ich glaub, Schokolade ist jetzt gut. Also. Bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschau.